Grüß Gott miteinander, es ist der neite Tag meiner Reise, der sogenannte Donnerstag. Und ja, heute werde ich in Shikoku reintreifen, also das ist so die Insel da, da seht ihr die Karten. Und dann noch Richtung Berge fahren und da halt irgendwo wild campen. Aber auch noch spannend zu gestern, vor allem im Naruto Theme Park, das war ziemlich funny, es war echt echt cool, ich war positiv überrascht von dem Ganzen, es hat irgendwie so Missionen gegeben, die man machen können hat. Und ja, die waren beide ziemlich cool, besonders die rechts, ich weiß leider nicht mehr was heißt, aber boah, ich hab da wüte Scrolls. Und Moment, ich krieg mir da so eine Sackerl. Und in dem Sackerl sind so Räume. Ja, und boah, ich steh euch da jetzt gar nicht hin, ich zeig euch das. Da steht's jetzt einfach ruhig, ne? Vielleicht ein wenig gerade, kann er da. Naja, die machen wir dann so auf. Dann steht da so. Ist das richtig rum? Ja. Das ist da so die Mission sozusagen. Und ihr seht so die Kreise, da hat man sowas reinkritzeln müssen, also auf so Platten hat man da drüber sketchen müssen. Und das war halt immer so zwei Optionen und genau da hat man halt quasi Rätsel lösen müssen. Und am Schluss war dann so ein blaues Licht. Und da leuchten noch die Jinjuriki, also die Gears, zum Beispiel die Gears da. Die Leute haben dann so gelb geleucht. Das war allen auch ziemlich cool, auch das Finale. Und war sehr nice. Und auch mit den Rollen miteinander zu rennen und das immer so reinzusketchen und so. War ziemlich, ziemlich funny actually. Und ja, die ganzen Figuren und Stuff waren cool. Seht ihr jetzt eh wieder mal Bilder. Ja, genau. Das habe ich gestern gemacht. Da bin ich ja irgendwann um 9 Uhr aufgewacht, weil ich noch bis 4 Uhr in der Früh in Osaka fuhrt war. Was auch funny war. Und dann bin ich da hingefahren. Und ja, war aber wild. War nice. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Und auch arg, ich bin da hingefahren und habe gedacht, alter, wozu bin ich? Auf so einer kleinen Insel, mitten in einem Wald, hat eine wilde Atmosphäre gehabt. Leider hat es gekriegt, aber war ziemlich fancy. Ich kann euch die zweite Rollen auch nicht sagen. Das war so die Standard-Vision, die blaue da. Und die grüne waren so. Und da hat man nochmal ein paar Euro extra zahlen müssen dafür. Aber war auf jeden Fall worth it. Genau, das ist halt egal. Da hat man so Stämpchen sammeln müssen in so einem Labyrinth, kind of. Ja, war ganz cool. Und am Schluss hat man einen Bus vom Naruto gekriegt. War auf jeden Fall cute. Du, Nichi, grüß Gott wieder. Ich bin jetzt echt viel unterwegs gewesen. Hab das in den richtig, richtig niceen Garten gesehen. Hab nice Udon gegessen, die ausspielig waren. Also die Udon haben literally 3 Fuß gekostet. Das war eine große Portion. Die war heller voll. Also das war eine gute Udon-Experience. Ich hab leider keine Fote gemacht. Und ich bin da gerade an so einem wütenden Flussbeet. Da schaut euch, wie schön die ganzen Berge da sind. Also Tokashiki? F그램 ... Ich habигbergERE einen schlechten Namen. Die Insel, wo ich servis bin, ist heller, heller beautiful. Der Drive da her war gerade toll. Es waren nice Kurven. Ich hab arm den elektronischen Dubstep-Shit gepumpt. Also natürlich mit Transparency-Modus bei den Airpods, das ist ja trotzdem nur mein Motorrad gehört und so. Ich habe jetzt nicht Unacht gegeben. Kann man das sagen? Probably. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Und ich scoute da gerade ein bisschen meinen Schlafplatz für heute. Da oben gab es schon eine nice Option im Wald, aber ich schaue, ob es da am Flussbett. Da vorne schaut es nämlich nach Wiesen aus. Wo ist das? Das da. Genau. Vielleicht lege ich mich da hin. Und genau, da schaue ich mich gerade ein bisschen an. Ist so oder so, glaube ich, auf jeden Fall ein ganz nice Spot. Da sind gar keine Leute. Und ich bin trotzdem nicht weit weg von der Straße und so. Also ich habe jetzt nicht wirklich Angst vor wilden Tieren da. Wobei es anscheinend, also ich habe schon öfter so Schüler gegeben mit Achtung Wildsau. Also ja, vielleicht gibt es Wildsau. Aber ich schätze auch nicht, dass ich da so... Keine Ahnung. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass mir keine Wildsau verräumt die Nacht. Aber kommt nach. Ich lasse euch auf jeden Fall wissen, woher. Sonst, genau, ich war in einem wilden Garten. Habe Udon gegessen. Das war es eigentlich jetzt so heute. Ich habe ziemlich viel Wetter gemacht und habe einfach die Views da genossen. Also es ist echt, echt ein festes Platz der Erde da erst. Ganz ehrlich. So, ist das Wiesen oder ist das Sterne mit Unkraut? Wir werden es herausfinden. Aber ich schätze mal, das war es für heute. Und morgen besteige ich den höchsten Berg da auf der Insel. Gleich in der Früh. Habe da jetzt schon ein paar Varianten besorgt. Und ja, bin gespannt. Bis nach ca. 1 Stunde Motorradfahrt. Und dann geht's Beriaz, wie man so schön sagt. Ja, so eine schöne Sprache, wie du reden hörst. In dem Sinne, bis morgen. Moin. Ja, ich habe gerade meine zweite richtige Nacht in der Wildnis überstanden. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Es war eine gute Form, heute ein bisschen Angst vor den Wildschweinen gehabt. Weil da waren öfter mal so Aufstehen, so Achtung Wildschweine auf dem Weg. Aber ich lebe, mir hat keine Wildschweine auf dem Rand, alles Gucci und die Aussicht ist ziemlich nice. Also, ich habe nicht da geschlafen auf die Sterne, sondern ich habe da hinten im Wald geschlafen und bin halt jetzt zum Frühstück noch zu den Sterne gegangen. Ja, und jetzt geht's auf zum Bergstein, habe ich ja gestern schon erwähnt. Und dann geht's weiter, einfach so die Bergstraße entlang, weiter Richtung Westen, genau. Ja, genau. Und da kommen jetzt ein paar Wagen Clips davon. Konnichi grüß euch, es lieben Radern herrscht. Es ist vielleicht ein ungeduschtes, fertiges Fahrradl. Und ich bin an meinem Schlagplatz für heute angekommen. Wow, das Licht gespielt hat gar nicht. Es ist ziemlich fest, da. Wow, und der Weg, wow, Licht. Der Weg da her war arg geil. Also es waren wild, nice Kurven und wild, nice Aussicht. Ich blende euch da jetzt mit zwei Videos ein, die einfach so fucking nice sind. Und das war halt die Aussicht, die ich gehabt habe, während ich wild am Biken war. Also so, wirklich wild am in Kurven legen. Ich meine, so das Motorrad, was ich habe, ist das müdeste Motorrad dafür. Das ist mir bewusst. Also das war trotzdem ziemlich geil. Also es waren echt eine gute Straße. Es war echt eine gute Garde. War all in all sehr geil. Ich baue da jetzt mein Zötterl auf, gehe duschen. Und dann gehe ich aus. Weil, boah, ich bin heute auf den Berg aufmarschiert. Nämlich auf den höchsten da auf der ganzen Insel. Und war ziemlich wild, weil ich nicht viel drungen gehabt davor. Das heißt, ich bin da irgendwie halb jetzt erstickt. Also nicht erstickt, aber halt verdurstet. War nicht so leibend. Aber ich habe es trotzdem rauf geschafft. Weil ich schaue so fettig aus. Was Sinn macht, weil ich seit zwei Tagen nicht geduscht habe. Aber, genau, bin ich aufmarschiert. War so geil. War arger Vibe. Da seht ihr so ein Video dazu. Also es war ziemlich neblig. Also die Aussicht war jetzt nicht so 100% worth it. Bin aber auch gesprintet lag. Also es war auch wie der Vibe. Ich bin irgendwie so einen Berg runtergelaufen. Ich habe mir halb jetzt meinen Knöchel gebrochen. Aber es gehört irgendwie dazu. Aber das Problem war, ich habe meinen Hauen verloren. Es bin mir erst draufgekommen, weil ich ganz unten war. Das heißt, ich bin dann nochmal den halben Berg hochgelaufen. Also da bin ich dann gar nicht gelaufen. Aber ja, das war sehr demotivierend. Und dann hat es da kein Restaurant oder so eine Nähe gegeben. Und ich war so ein hungriger Ball. Dann bin ich in eine Dreiviertelstunde gefahren. Und dann haben da auch alle Restaurants zugehabt, die Google Maps gezeigt haben, dass sie es offen haben. Dann haben wir in so einem Geschäft so einen Softdrink und Snacks gekauft. Die habe ich mir jetzt sehr durch den Nachmittag gebracht. Aber es war ein bisschen frustrierend an dieser Stelle. Aber ich habe mich nach Hause gefunden. Also bin ich mit 1 Kilometer wieder auf... Also nicht 1 Höhenkilometer gegangen, sondern 1 Kilometer. Aber heute ist es ja raufwärts gegangen, verstehst du? Und ich habe mir auch schon mal wieder auf die Mainline. Es war eine sehr gute Wanderung. Es war eine sehr wütende Erfahrung. Es war eine sehr wütende Erfahrung. Es war auch eine sehr exaustige Erfahrung. Aber jetzt bin ich da. Es ist wunderschön. Und jetzt ist es ein Motorradfahren. Wie gesagt, war so geil. Und ja, genau. Das mache ich jetzt. Und wahrscheinlich sehen wir uns morgen wieder. Und wohl auch wieder weiter fett. Morgen fett sie sogar wieder auf die Mainline sozusagen. Nach Hiroshima, glaube ich. Das ist das erste Bundesland, in das sie eindringen. Aber sehen wir noch morgen. In dem Sinne, tschüss. Und da sind wir auch schon nicht morgen, sondern übermorgen. Und es ist wieder sehr viel geschehen. Und zwar da vorgestern bei dem Campingplatz ist dann sogar noch ein anderer Ort gekommen. Der Kenji. Und mit dem habe ich dann ein paar Bierchen getrunken und ein bisschen gelabert. Das war ziemlich nice. Und der hat auch gemerkt, nächstes Mal nach Japan kommen, kann ich bei ihm bleiben. Das ist ein Holzhocker, der auch noch so Raftingtouren macht. Genau. Und der hat auch da gekämpft, weil ich nächsten Tag dann noch eine Raftingtour gehabt habe. Und ja, cooler Typ. Typ. Aber leider ein bisschen Alkoholiker. Der hat erzählt, jeden Tag nach Hause kommen sie am Abend. Trinkt ein Bierchen. Ich komme zu und dann schläft er. Und nächsten Tag das Gleiche. Und das mache ich jeden Tag. Soll man machen, wenn das Bier einfach so gut schmeckt. Geschircht. Aber war auf jeden Fall sympathisch. Cooler Typ. Genau. Dann bin ich von da weiter gefahren, zur sogenannten Nico Deep. Das ist so eine Schlucht, eine Klamm. Und die war heller, heller beautiful. Also da waren auch einige Leute. Aber es war echt, echt fesch, wie ihr da jetzt gerade seht. Echt, echt leihwand. Und das ist so ein bisschen in den Bergen gewesen. Und dann bin ich halt weiter so in den Norden gefahren. Die waren eben so zu der Überquerung nach Hiroshima. Und da ist dann der Sprit ausgegangen. Weil da war nirgends Tankstil neben da oben. Und da war ich gescheit am Schwitzen. Da bin ich immer im Lager am Berg runtergerollt. Und da habe ich gemeint, oh fuck. Ich hoffe das geht sich aus. Es ist tatsächlich ausgegangen. Ich habe nur 0,05 Liter gehabt. Das sind irgendwas Milliliter. Kann man wissen. Das mache ich gerade nicht. Das war ein bisschen kritisch. War wüt. Aber es ist sehr ausgegangen. Ich war schon kurz davor, dass ich irgendwo beim Heisel frage, ob die vielleicht ein bisschen Benzin für mich haben. Aber dann als ich mir dachte, wow scheiße das wird wirklich kritisch. Also jetzt ist es wirklich bald raus. War ich schon fast bei der Dankeschönung gemacht. Okay, das schaffe ich. Und falls jetzt nicht, kann ich es auch hinschieben. Das ist schon im Rahmen des Machbaren. Und wie gesagt, war er sehr machbar. Genau. Dann noch, nachdem ich dankt habe, habe ich zum Secondhandstag geschaut. Weil ich wollte mir Schlaufer kaufen. Weil immer meine Schuhe, Anziehen und Ausziehen beim Campen ist irgendwie ziemlich zack. Und ich wollte auch die kaufen, wie so billige Flipflops. Was ich dann auch gefunden habe. Um 50 Jahren, was literally 35 Cent sind. War eine gute Investition. Und ich habe dieses kleine Stück hier gefunden. Die Rockets sind mit dem Motorrad fahren. Und ich fühle mich einfach wie ein neuer Mensch. Das ist der ärgste Drip. Gleich viel besser das Video. Hörst du, wie sowas nicht gleich aufgesetzt. Anyways. Guter Fund. Der hat eigentlich nicht so 2 Euro gekostet. Oder 1 Euro oder so. Secondhandstag. Besonders da irgendwo so am Land. Oder da eben auf Shikoko. Wirkliche Goldgruben. Also arg. Was da für wild nice Sachen gibt. Die man bei uns um 20 fache verschäuben kann. Für Realty´s. Gute Garde. Dann wo ich schon ein bisschen abschweifen bin. Noch kurz eine kleine Japan Motorrad Straßen Side Story. Und zwar sind auf den Straßen jegliche Farben gegeben. Ich habe schon blaue glitzernde Straßen gesehen. Ich habe grüne Straßen gesehen. Ich habe weiße Straßen gesehen. Ich habe rote kleine Hügel auf der Straße gesehen. Die gleichen habe ich auch schon blau gesehen. Also straßentechnisch sind es wirklich sehr divers unterwegs. Dann noch zum Speed Limit. Das ist eigentlich überall ein 50er oder 40er. Manchmal auch ein 30er. Also in diesem Rahmen hält es sich. Aber beim 50er auf so einer größeren Bundesstraße fahren nicht alle 70, 80. Und beim 40er fahren auch die meisten 50, 60. Das heißt es gibt Speed Limits. Es gibt keine Blitzer. Ich weiß noch, ist es vielleicht eh schon dazwischen. Aber darum ist halt auch mein Moped. Was glaube ich eher trifft als Motorrad. Weil es halt unter 125cc hat. Oder halt genau 125cc. Ziemlich gut gegeben. Weil sowieso nicht der 80cc geht. Und da ist schon wirklich am Schreien. Wenn ich mich weiß. Und darum passt es eigentlich auch tip top. Genau. Das habe ich wahrscheinlich auch schon erwähnt. Anyways. Ich war da in einem Thriftstein. Und bin dann eben da die Insel überquert. Wie es nach Hiroshima ist. Es sind irgendwie so drei Inseln. Mit so ganz arge Brücken. Also da eh wie immer arge Büder. Und das war auch eine spannende Experience. Da hat es einerseits den Highway gegeben. Die Kosokodori. Die Autobahn. Genau so heißt es auf deutsch. Gut, dass man Englisch und Japanisch vorher einfällt. Anyway. Den hat es gegeben. Dann hat es ein Radl slash Fußgängerweg gegeben. Also man kann die drei Inseln auf per Fuß überqueren. Was wahrscheinlich zwei Tage dauert oder so. Und als drittes hat es dann noch eine Mopedspur gegeben. Also wirklich eine Spur für Motorräder unter 125cc. Und genau. Die habe ich dann nicht mehr genutzt. Auch wieder sehr praktisch. Dass da mal gar nichts reinfällt. Weil es halt viel viel billiger ist. Also über den Automaten zu fahren. Mein Handy hat es gerade besorgt. Immer einfach gesperrt und wieder eingesperrt. Keine Ahnung. Aber. Entschuldigung. Ja. Genau. Aber es war auf jeden Fall ziemlich cool. Weil die Mopedspur ist dann immer so auf der Seite von der Autobahn. Oder halt auch unter der Autobahn. Bei der Brücken. Und außer von den Brücken fährst du immer so die Insel rundherum. Was auch nice war. Da habe ich auch arge Sandständer gesehen. Und habe mir arge Views auf die Brücken. War ziemlich sick. War eine spannende Traversal. Aber dadurch dass es eben auf Google Maps nicht gegangen ist. Dass man das angezeigt wird. Bei Google Maps kannst du nicht mal Auto fahren. Oder nicht einmal Radl fahren in Japan. Das geht in Österreich auch. Das geht da auch nicht. Von dem her habe ich nicht gewusst, wie lange das dauert. Aber ich bin dann gestern glaube ich. Schon vielleicht unentspannte 400-500 Kilometer gefahren glaube ich. Ich bin jetzt seit Mauer bei Gooding 2000. Was eh wild ist. Und ich bin jetzt fast bei der Hälfte. Also ja genau. Aber boah. Das stimmt. Das war ja erst gestern. Boah. Das geschieht immer so viel erst. Und wenn ich überquert bin. Dann zu einem Gratis Campingplatz gekommen. Wieder einmal. Also immer am schauen, dass ich bei Gratisplätzen bin. Und da war eine Familie mit einem Vater, einer Mutter und drei Töchtern. Und ja die Töchter waren schon voll gespannt wie ich gekommen bin. Und dann bin ich halt zu meiner Zeltaufbahn gegangen. Bin extra weit weg von ihnen gegangen. Und habe gedacht, ja falls sie nicht gestört werden wollen. Und so. So Höflichkeit halber. Gehe ich ans andere Eck vom Campingplatz. Und dann sind sie unter dem Aufbahn schauen. Die Tieren dann so dahergekommen. Und haben so spannend geschaut. Und genau dann habe ich mit denen ein bisschen geredet. Das war eine spannende Experience mit japanischen Kindern zu reden. Habe ich noch nicht so oft gehabt. War aber ja. Es hat ganz gut funktioniert. Also so die Topics sind nicht die intensivsten mit Kindern. Wir haben uns über Farben geredet und über Radeln gemacht. Und ich habe ihnen gesagt, ich kann Radeln in beide Richtungen. Ja da waren sie sehr impressed. Verständlicherweise. Kannst du Radeln in beide Richtungen? Glaub nicht. Na ja. Probieren wir es mal aus. Anyway. Ich habe dann mal Zelt aufgebaut und mit ihnen geredet. Und dann habe ich die ganze Zeit mit ihnen gespielt. Und die Eltern haben mir dann ein Essen angeboten. Eine Birche und so. Habe ich natürlich sehr sehr dankend und zurückhaltend angenommen. Aber ich habe mich dann gefühlt wie so ein Kind. Ich habe so mit den anderen Kindern gespielt. Und so essen, gegessen. Und ja. War fanny. Und darum habe ich gestern nicht mehr recordet. Weil es hat schon angefangen beim Zelt aufbauen, wie ich auch gekommen bin. Und dann haben wir halt die ganze Zeit gespielt. Bis das irgendwann war. Irgendwann zum Schlafen geworden. Aber was noch mal zu alt. Wir haben da so Hanabi. Also Feuerwerke. Was nicht wirklich Feuerwerke sind. Aber haben sie auch gehabt. Und da habe ich auch teilnehmen dürfen. Was auch wiederum sehr nice war. Und das waren so Wunderkerzen. Aber die haben da so ganz dünne Wunderkerzen gehabt. Die so ganz langsam abbrennen. Und die halt dann so wie so ein Stern knistern. Das war nice. Sie haben mir gesagt, das heißt. Aber ich habe es abwürsli vergessen. Also nicht abwürsli. Aber es ist schwierig. Sehe japanische Begriffe. Durch ein zwei Mal hören zu merken. Sonst war es ein ziemlich langer Begriff. Aber genau. Das war es. Und so war es zu gestern. Und dann über Nacht war es gescheit kalt. Und ich bin halber Zeit froh. Und habe kein Wasser gekauft. Weil eigentlich wollte ich da hinfahren. Mein Zelt aufbauen. Und dann eben zu einem Supermarkt fahren. Und mal essen und Trinken kaufen. Weil dort beim Campingplatz hat es kein Trinkwasser gegeben. Aber dadurch, dass ich mit den Kindern gespielt habe. Und dann schon ein Bier getrunken habe. Habe ich halt nicht mehr fahren können. Und irgendwie wollte ich das dann auch nicht noch nach Wasser fragen. Was ich abwürsli da hätte können und sollen. Aber irgendwann war es am 3 in der Früh. Ich bin aufgewacht, wenn es so kalt war. Und ich habe halt so Durst gehabt. Und bin am 3 in der Früh auch zu so einem Convenience Tag gefahren. Die hat 24 im Ofen haben. Und habe da Trinken und so gekauft. Naja. Und darum war ich heute auch ziemlich fertig. Und bin auch right now ziemlich fertig. Weil ich nicht so viel geschlafen habe. Ja. Aber heute. Der nächste Tag erst. Heute bin ich nach Hiroshima gefahren. Davor noch kurz zu einer Aussichtsplattform. Da auch kurz Pictures. Und dann nach Hiroshima gefahren. Wo ich jetzt gerade bin. Da habe ich mir so ein bisschen den Atombomben-Gedenksplatz-Park angeschaut. Was spannend war an der Wild. Ähm. Ja. Genau. War dann da noch im Pokémon Center. Und da hat es so Pikachus gegeben. Und zwar war ich jetzt Pikachu anders. Manche haben einen größeren Kopf. Manche sind ein bisschen dicker. Manche sind dünner. Manche sind kleiner größer. Und haben da verschiedene Gesichtsausdrücke. Oder haben die Hände im Gesicht. Oder haben die Hände verschränkt oder so. Und ich habe es mir leider nicht nehmen lassen können. Auch wenn ich einsparen will. Aber ich habe dieses traurige Nachdenkliche begonnen. Und habe mir gedacht. Das ist viel zu süß. Das ist schaubar. Ich weiß. Es hat so viel gegeben. Und es waren so viele so Süße dabei. Und ich habe es nicht. Man kann maximal drei kaufen. Und ich habe es nicht gleich drei gekauft. Aber. Eigentlich sollte ich gar nicht ganz kaufen. Aber ich habe jetzt sowas gekauft. Und das ist auch. Kein gut. Ich weiß. Genau. Ähm. Der Garnedikt wieder am Start. Ansonsten. Es ist heute nicht so viel geschehen. Ich bin dann hier ins Hotel gegangen. Und habe eine Okonomiyaki gebraucht. Das ist nämlich so ein spezielles Ding für Hiroshima. Da gibt es Okonomiyaki. Was eigentlich so ein Kohlpfannkuchen ist. Und dann gibt es da in Hiroshima auf Nudeln anbraten. Das ist so eine Spezialität da. Und es war ziemlich geil. Kann ich auf jeden Fall recommenden. Genau. Jetzt bin ich da. Und. Ja. Das war es eigentlich jetzt endlich soweit. Also sehr viel geschehen. Ich habe jedes Mal alles erzählt. Meistens. Wenn ich so die Shots mache, weiß ich nicht mehr was passiert ist. Und nachher vergieße ich einige Sachen. Aber das war zur ganze Erzählung der letzten zwei Tage. Genau. Morgen geht es dann noch Yamaguchi. Das endet 100% klar wohin, wie und so. Weil es gibt echt neuse Plätze. Aber die sind ganz weit im Nordwesten. Und das war halt dann schon ein bisschen ein Umweg. Aber es sind neuse Plätze. Da muss ich mal schauen, wie es alles ausgeht. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass ich einen gescheiten Stress kriege am Schluss. Und dass vielleicht irgendwie viel Regen und so alles nicht ausgeht. Darum wahrscheinlich lieber Safe and Sorry Route nehmen. Aber wir mal schauen. Sonst ist es wieder Regen am Übermorgen oder so. Aber ja. Schauen wir. In dem Sinne. Nächster Shot. True Lose. Das ist jetzt echt ein finales True Lose. Das ist dann am Ende vom Video. Das ist jetzt nicht gleich ein Mitgliedienst. Wenn ich das Video zum Beispiel hochladen. Das kommt jetzt ein Mensch rein spaziert. Ja. Ich hab's euch gefallen. Ich versuche es nächste Woche wieder, oder die Woche wieder am Sonntag zu schaffen. Und ja. Like und kommentieren. Und jetzt kommt noch ein Organime Clip, der so ein Typ für mich editiert hat. So. Wir werden dann aber mal. Enjoy. True Lose. True Lose. war und auch auf studies. Das wird etwasıyorum.